Ich glaube, was ich geworden bin. Eine von den Mädchen hat erhofft, und ich habe sie nach ihr, all den Weg nach oben. Ich habe sie unterbrochen, und... Was ist ihr Leben wert? Wie viele Leben kann ich nehmen, bevor ich mein eigenes Geheimnis verbreite? Sicher, ich würde einen Mörderer töten, um einen Innocenten zu retten. Aber um einen Innocenten zu retten? Um mich selbst zu retten? Einen kaltblöden Mörderer! Genau so ist es. Daniel ist nicht besser. Es ist nicht groß genug, es ist nicht stark genug. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Inneres Heiligtum Alexander sah, dass der Abend den Verstand seines Freundes stark mitgenommen hatte und schloss ihn vom inneren Heiligtum aus. Er konnte ihm nicht länger vertrauen und an dem Ritual teilnehmen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich frage mich gerade, wie es weitergeht Wie geht's weiter, Leute? Anja? Anja? Ich denke, wir einfach rüber sprinten, das andere dann auch noch benutzen, oder? Ich suche etwas, um sie zu öffnen. Ich meine, das ist ein Gegenstand, um sie zu öffnen. Ich suche etwas, um sie zu öffnen. Ich suche etwas, um sie zu öffnen. Ich will sie alle, um sie zu öffnen. Ich suche etwas, um sie zu öffnen. Ich muss sie öffnen. Ich suche etwas, um sie zu öffnen. Ich suche etwas, um sie zu öffnen. Ich suche etwas, um sie zu öffnen.